siehst du du hast sonst nur gemeckert ich wollte gerade zurück rennen und dann dachte ich ach egal habe ich nicht recht ja siehst du hallo sag jetzt was hat haben hallo ich bin jetzt nicht bis du was sagst ich muss mich noch nicht bücken warum sag ich immer was falsch ist auch wenn ich es wahrscheinlich will mir die blumen zu geben also vielleicht hat die folge gesehen leider noch nicht sieben jahre die spiel die spiele sie mag das werden jetzt machen wir wie alles noch mit blitz und so man kriegt zwei jahre später und bis zwei jahre später wenn er verfolgt und die jahre warum nicht ja wir sind cool wir dürfen treiben die lage mann vor dieser technologiker kam da so hat sie ganz entsetzlich ok das war auch ganz klar aber gar nichts wie die nach sieben jahre aus der richtigen maß haben sie gezeigt lustige leute ähnliche 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 hässlichen menschen hat sich immer daheim da oben kann sich mit einem ich weiß dass es richtig schwer war mit micro nein ich weiß nicht nicht so nicht so aber ich wollte nur sagen ich muss auch springen und dann hohen sprung erreichen muss herunter springen da hier wenn er was er kann ich ich gucke solche musterleute sind irgendwie bei fertig eingezogen und machen richtiger maß oder leute also irgendwelche ja 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 äh du kommst langsam nach oben man sieht vorschritte ja nein ja meine hand er hat was soll ich so dass er so hätte die Sunde schlüssel von dem Abgrund herauszuhören was machst du ich bin so gut es trifft sich sowieso ganz schnell hoch alle von allen Seiten kommt die Hälfte aus uns kommen so lustig aus nach rechts noch mal noch mal aus prinzip noch mal aus prinzip dann nehme ich die kabel raus und fertig wir haben nicht die zeit dazu ja mit die zeit dazu machen einfach einmal so fasst du mich an das gemacht dass wir nicht ausgewogen haben wie es ging beziehungsweise du musst so sehen wir jetzt hier jetzt auf einmal ich habe gesagt hanuta hanuta ok gehirn ja ist ja schön er ist ja schön zu haben und ich auch kräg nach haften hier ist kam über was jetzt noch vier drei stück ich habe mich nicht gespielt das ist gebrochen nein 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 wer will dich her dass ich über den pils gesprochen ach so nein ich mag nicht wieso schreit der wieso schreit darum ich verstehe es nicht normale menschen reden und mal er haben wir machen das ist so wie unlogisch machen und nun schon sagt er hat mich immer schreien gehört immer lp oder so außer die seien vielleicht du bist du hast egal ob du hast nämlich innerliche wut gehabt genau ich wusste irgendwie dass sein was kommt egal zwei leben das ist dann die kokose geguckt 9 gut die folge einmal richtig muss geschützt wird nicht richtig wir gehen gerade nicht deswegen ich bin immer mit 3d stick was erwartet bei meinem skills ich wusste kein vom moment nicht wie mehr feuerball machen soll ich habe ja auch da will ich echt jetzt so ja ich bin trotzdem auch da will jetzt so angst das ist schon der form war ich irgendwie ein riesensfisch oder so wenn ich jetzt nicht erinnere ich nicht hier ich glaube nicht hier aber doch weiß ich müsste gucken also ich bin was nicht irgendwas mit stern oder so ich schieße trotzdem ab nein wir müssen da hoch oder ich glaube nicht dann kann sich hoch oder zu diesen jahr als alle blume stirbt ihr fische ich wusste sowieso hat auch geahmt ja das hat irgendwie so verdächtig ausgehen ja wegen den blöcken sie sind nicht aufgekommen beim ersten mal hätten ja so viel zeit gespart ihr wer steckte der steckte aber ich die anderen was ging mir verloren verdammt wir haben dafür keine teil ja jetzt geht's muss man so mir zeigen dass hier ist die welt weiß ich nichts dann müsst ihr dann müsst ihr mir helfen das ist schon fast nicht vorbei ja das haben wir drei stück 333 stück würde ich nicht würde ich einfach ich auch mal machen das ist oder so alles geplant ja 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 Ja! jetzt weiß ich wieder weiß doch diese geheime röhre da rechts aber was ist da links macht du das lieber bin er und dann müssen jetzt wie es geht ich weiß so warte da weiß noch da sind ja nicht hingekommen wir kommen jetzt zum daraus dann was so auf cooper und dann auch immer der hoch springen ich habe bis dann schaffe ich das nicht da unten abspringen dann verstehen nicht nichts überstürzt nichts da ich weiß nichts einfach dass da so lange weg aber egal du musst die schalter drücken ja was hast du denn gedacht okay ich habe was ganz anders gedacht ich habe auch weiter also du hast jetzt gesagt ich werde abitur du dummkopf ich weiß nicht schaffen was schaffst du ihn nicht schaffst du nicht einfach von da so sein wie er tritt war ja darunter abspringen also wenn er das gemacht hat und da ich weiß ja da war ein zweiter cooper ich weiß ich weiß ich weiß aber ja so meint es genau ja jetzt geht es um so abitur das hat es gemacht ja ich meine die anderen lutscher da wir haben in der küche dort gesagt ist klar alle leute die zwei deutlich gedacht haben schämt euch musst du aussagen musst du sagen ich weiß ich dachte ich habe das recht dazu verdammt würde alle jetzt machen ich weiß noch mal einfach runter doch dann schaut ja einfach runter bitch bei mir kommt jetzt da oben raus da ja dann muss man sich irgendwie beeilen oder so man sieht es was denn der weiner dort so dass man sich das hat davon noch gesagt man sieht sich das ist davor man mag sich der mittlere vielleicht schaut sich mal der spiel mit der raum ich muss vielleicht schaut sich mal der spiel an der falsche dann haben wir hoffen wir müssen bei der siegten welt eine welt noch freischalten was wir mal sehen wie viel wir achte haben ein wenig wieviel das ist das machen in welcher haben wir auch schon ein paar gut alle sogar mal ja weil ich weiß bei drei werden das der drüchste gott und okay auch ja wenn ich in diesem komischen witze gemacht oder so muss das mit kiosk magister oder so an diese weil ich mich erinnerd habe über kioskmeister geredet so tschüss nacht wir sehen wie es in die hunger gemacht ich bin doch erst gestorben und mit dem kopf was ist nichts ich will nur essen du bist du im kopf das hat mit skill zu tun machen nämlich dumm kopf du meinst es hat nichts damit zu tun warum jetzt das abgestimmt sein ist damit ich habe auch nicht dazu gesagt habe ich aber dumm kopf aber als ich gestorben und das ist ja nicht damit zu tun ja was im zuverkrankt die rieger es ist ist unvergiss das hat so glück Nein! Du kannst mal einen Spruch machen. Wenn du Glück hättest, hättest du es geschafft. Hallo. Hier ist Energy Bremen. Das wäre so unnötig. Aha! Ich habe Hunger nach Krebs. Ich habe Hunger nach Krebs. Ich habe Hunger nach Krebs. Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Ich habe Krebs. Okay, nichts gegen die Leute, die Krebs haben. Ja, darum habe ich auch nicht gerade gelassen. Das ist gerade mir eingefallen. Spontaler Text. Das ist alles geplant. War es bei mir? Ja, ich glaube es dir. Natürlich war es nicht geplant. Ich weiß. Ich glaube es hier. Was hast du gesagt? Digga, was man macht. Egal, ich bin mal kurz ruhig stehen. Ich habe immer spielen. Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Die Schäler. Die zweite. Die Fahne. Die Fahne habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob man die Gruppe noch brauchen will. Also den jetzt bin ich gar nicht mehr. Vielleicht einfach umsucht. Doch jetzt kommt diese Stelle da. Das zusammen geht. Da hast du gesagt, ach man schafft es doch. Dann bist du gestorben. Hier? Ich kann noch hoch. Nein, da haben wir auch schon ausprobiert. Das war nicht. Einfach durchkommen. Da ist nichts. Das ist echt. So aus, als ob da einen Weg wäre. Wo wir dann aus. Da oben, ne? Oh! nein nein da kommen nein muss nach oben links oben ist ein weg guck mal wie das auch immer nicht habe ich doch gesagt du hast nein gesagt weil ja mal so durch renn verdammte scheiße sicher sich aber ich muss es nicht so riskant muss sein immer noch manchmal über welt acht habe ich doch man kann stirbt gruppe du sagst auch am weg oder lassen weg das weg ja warum das ist so stumpf ja weil du jetzt stirbst doch richtig aus der kommt jetzt raus du bist du nicht blumen oder so durch raser durch raser es ist sowieso der dämmste puppen trainierer zeit hätte raser ich gucke gibt es einfach ab das war gar nicht stand es war stark ich habe ja okay ich gucke das kam einfach nur davon dass er ist nicht nur nicht richtig erzielen konnte nein hat noch nicht gezogen mal gesehen jedoch gar nicht immer ich gucke bei weltball turnier nicht nur flammenwurf nur und dass da plötzlich das haben nein es geht geht gegen panzer das ist ein stadt das ist ein guber zumalwurf jetzt aber was los muss er kaum springen er muss noch mal ich habe noch mal dann sind glaube ich nicht so sehr andersrum dass ich es schaffen nichts und nicht leicht oder du jetzt du weißt ja erst ganz unten ist die leid ich glaube ich habe letztens so als es bis zu oben war also die weltweiten fertig haben wir müssen nicht machen was besiegt und mache jetzt nicht diese bomben werfen dinge da auch besser sonst bin ich hier noch selbst um jetzt sicher nicht mal groß ist ein gut wir kommen langsam gut voran bei dieser einigen bei dieser einem schloss da wobei alle münzen holen müssen weiß aber 21 minuten lang bei diesem schloss da das gewinnt habe ich schon locker das wird noch kommen aber ich nehme es glaube ich nicht auf oder ich nicht wenn ich mit einem durchgegangen man hat wir haben hier gezeigt wo alle müssen sind aber nicht mit einem durch ob jetzt sie beschwert und er hat sie beschwert warum wir ja nicht gezeigt haben wir egal machen ja ich habe ich auch beschwert nein weil etwas anderes was du meinst ich zeige ich dir sagte gleich sie schließt mich einfach auf der kanone und war es ist einfach eigentlich hoch kommt auf platz platz so dass wir ja einfach oben bleiben ja wollte ich kann es mir gleich gleich muss sein oben bleiben das ist kacke gemacht jetzt ich bin ich doch wo so sind wir habe ich habe mit einem durchgang hoch geschafft das 1909 etwa jetzt was er über 7 okay wir sind es gleich wieder